In diesem Video verwenden wir lineare Funktionen, um die Betriebskosten eines Werkzeugherstellers zu beschreiben. Herzlich willkommen zu diesem Video, ich bin Andoria von Educanova. Wir betrachten einen Betrieb, der Akku-Werkzeuge herstellt. Die Produktion von 114 Stück kostet 30.530 Franken und wenn 256 Stück produziert werden, kosten diese insgesamt 36.920 Franken. Der Verkaufspreis beträgt 95 Franken pro Stück. Als erstes wollen wir die Kostenfunktion und die Fixkosten berechnen. Die Kostenfunktion kann man mit einer linearen Funktion darstellen. Außerdem wissen wir, dass 114 Stück 30.530 Franken und 256 Stück 36.920 Franken kosten. Bei einer linearen Funktion berechnet sich die Steigung aus der Differenz der Funktionswerte geteilt durch die Differenz der Argumente. Diese beträgt 45. Wir setzen die Steigung in die Kostenfunktion ein und erhalten als provisorische Funktion k von x gleich 45x plus q. Wir setzen den ersten Punkt in die Gleichung ein, das heißt x ist 114 und k von x ist 30.530. Dann lösen wir die Gleichung nach q auf. Also ist die Kostenfunktion 45x plus 25.400. Die 25.400 Franken sind gerade die Fixkosten. Als nächstes berechnen wir die Produktionskosten von 420 Stück. Wir setzen die 420 in die Kostenfunktion ein und rechnen sie aus. Das gibt 44.300 Franken. Als nächstes wollen wir die Erlös- und die Gewinnfunktion berechnen. Die Erlösfunktion ist der Stückpreis mal die Anzahl Stück, also 95x. Der Gewinn berechnet sich aus dem Erlös minus die Kosten. Also können wir für den Erlös die 95x einsetzen und für die Kosten die Kostenfunktion, die wir vorhin bestimmt haben. Ausgerechnet erhalten wir für die Gewinnfunktion 50x minus 25.400. Zum Schluss wollen wir noch die Gewinnschwelle und den Erlös bei der Gewinnschwelle berechnen. Die Gewinnschwelle berechnen wir, indem wir den Gewinn gleich 0 setzen. Wir setzen für die Gewinnfunktion die vorher bestimmte Funktion ein. Wir addieren 25.400 und dividieren durch 50. Wir erhalten für x 508. Wir setzen die 508 in der Erlösfunktion ein und erhalten 48.260. Die Gewinnschwelle liegt somit bei 508 Stück und der Erlös dabei ist 48.260 Franken. Mit diesem Video geht es weiter und in dieser Playlist findet ihr alle Videos zu diesem Thema.